Wenn ihr irgendwie die Feinde in der Entfernung seht, einfach sagen, ich kann sie snipen. Kriegst du hier irgendwie wieder den Heli rein? Ich werd hier bis Sniper dann, ich hab keine Ahnung woher. Sebastian, bekommst du den Heli irgendwie wieder zur Markierung? Heli? Wo ist der? Rechte Seite. Ok, deswegen grad auf der Minimap. Hör ich was piepen die ganze Zeit. Kann irgendwie nicht markieren. Ok. Der markiert die ganze Zeit was anderes. Der versucht die ganze Zeit... Versucht die ganze Zeit dieses kleine Geschütz da oben drauf zu markieren. Äh, der Heli fliegt ja die ganze Zeit. Ok. Sniper und der Heli ist markiert. Achtung! Wann wird er beschossen? Der Heli will den schützen bloß nicht. Ne, kann ich kriegen. Achtung! Geist Snipert, 230 Meter. Nice. Ok. Ok, unsere Leute besetzen die, äh... Türme, das ist schon gut. Pelettengurt ist keine Ahnung wo. Direkt vor uns Boot! Bootsier! Loll! Ich bin abgeschossen. Nice. Ich leider auch. Ja, ich bin auch da. Nein! Ich rette ich! Dennis! Überlebe, überlebe, überlebe! Die machen jetzt glaube ich einen recht größeren Angriff. Ah, deswegen ja. Anscheinend ist festlich von dir ein feindlicher Schaufschütze! Heli markiert! Jo Leute, wir machen jetzt einen Angriff auf E! Richtung! Heli ist markiert, Heli ist markiert! Ich stehe kein Heli markiert! Ja, ja! Konnte ich grad nicht! Sniper, 12 Uhr! Ist markiert! 12 Uhr heißt, genauer bitte! C! Markiere Heli! Äh, jo! Och man, jetzt muss er nachladen! Scheiß Ding! Sniper ist weg! Nice! Danke! Anscheinend ist genau westlich deiner Position ein feindlicher Panzerwageneinsatz! Westlich deiner Position, Panzerwageneinsatz! Juppa! Wir müssen hier von der Insel rum weg! Scheißegal wie! Ja, die bekämpfen die der Zeder auf dem Dach! Hä, mein... Achtung! Einsatz Sie einfach nicht! Camper sind meine Lieblings! Das sind meine zwei Lieblingsworte! Ich sehe einen, der da grad rumgelaufen ist! Vereinzliche Rachete gestartet! Oh, ist ja eigentlich verhofft da! Ein... Transport-Heli! Über uns! Oh, Scheiß! Jo, sehe! Einer abgesprungen! Ah, ich hab ihn aber getroffen! Down! Nice, ich hab hier zu weg für 21! Ihr braucht Mad-Kit! Mad-Kit! Ich hab noch zwei Prozent! Ui, ui, ui! Links wird uns rumpen! Und links! Hinter dir! Ah, hast du bekommen! Oder? Ah, markieren! Töten! Markieren! Töten! Markieren! Töten! Jetzt bleib doch stehen! Wah! Sniper! Wo? Weiß ich nicht! Bleib mal stehen! Bleib mal stehen! Töten! Ich hab ihn gehört! Ah, ich hör ihn auch! Ich seh ihn! Der ist Richtung C! Leicht links! Ich seh den Schuss! Ah, da ist ins Wasser gesprungen! Ich hab keinen Schuss mehr! Richtung? Ähm, der ist bei C runtergesprungen! Der ist aber abgetaucht! Dann, wo der S abgetaucht ist! Oh, lol! M bei C! Das rechte Hochhaus! Ganz links! Das rechte Hochhaus! Ganz links! Ja! Feindliche Rakete im Anflug! Ich wiederhole! Oh! Rackete im Anflug! Geschließt nicht wieder ein blöder Schuh! Da ist ein feindliches Boot! Westlich deiner Position! Das läuft nicht gut für uns! Da ist markiert! Ah! Oh Gott! Boah! Oh! Cruise Missile! Da hat aber jemand zusammengearbeitet mit dem Commander! Das sag ich dir doch! Hoho! Was kann der Commander nochmal machen? Gut! Das war ne schöne Runde! Ähm! Er kann Überwachungsdrohnen rumfliegen lassen! Er kann ein Cruise Missile! Also so ne Rakete mit richtig fettem Damage raushauen! Er kann den einzelnen Squadleadern Befehle erteilen! Und ja! Noch so einiges möglich! Also hauptsächlich strategische Sachen! Gut! Ich sage Tschüss und bis zum nächsten Mal! Ciao! Und es geht dann auch auf? Nein! Das ist nur so für die Aufnahme, weißt du! Achso, okay! Äh! Alter, bin ich gar schl... Exportieren, nein! Ja, die ersten da gehen ja glücklicherweise ganz gut! Ja, ich warte... Wie ist die M416? M416 wird als... Also von den meisten großen YouTubern als eine der besten Waffen immer noch im Spiel gehandelt! Also... Definitiv zum Spiel! Ich mag irgendwie solche... Ja, ich mag irgendwie solche Waffen richtig geil! So... Das ist meine Lieblingswaffe! Zum Teil mit! Hm, naja! Sagt ja niemand was dagegen! Immer benutzen, damit gut werden! Was halt nur richtig geil ist! Ich habe da diese eine DMR jetzt letztens ausprobiert! Weil DMRs kriegt ja jetzt jede Klasse! Und... Ja! Die erste, die man da kriegt... Einfach nur die Ironsides benutzen! Also die normale Visierung ohne Zielfernrohr, ohne Rotpunkt oder so drauf! Das ist so geil zu spielen mit dem Ding! Mit dem Ding hast du alles zwischen 0 und 200 Metern! Mhm! Okay! Also wenn man natürlich auf Snipern steht! Der hat halt keine hohe Feuerrate! Das heißt, der Schuss muss sitzen! Also ich bin ehrlich gesagt nicht so ein Sniper-Fan! Naja! Ich finde... Snipern eigentlich eher gesagt... Camper-Aufgabe! Ja, aber ich meine... Ich bin kein Camper! Und trotzdem bin ich vorne dabei! Ja gut! Nimmt! Du bist zum Beispiel... Ja! Ist... Ja gut! Schon noch wieder rum! Bisschen mit allem in die Zeit! Stell dir mal so sagen! Er ist einer der wenigsten, die aktiv vorne an der Front mitkämpfen! Ich habe schon ein Auto besorgt, ne! So! Warum seid ihr überhaupt schon wieder im Spiel drin, ey! Ich bin auch schon drin! Keine Ahnung! Ich habe einen besseren PC! Oh! Komm! Ich bin mit dem Auto! Juhu! Oh! 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 Das lief scheiße! Was war da jetzt los? Ich bin ausgesehen aufgibt von, von, ähm, rechtem Bildschirm auf! Juhu! 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 Also nicht nur! Ich davon Juhu! 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 Ich habe mich ungeklap, ich habe mich untenть einmal umgedreht, um Prom's Panzer. Ich komme mal zu dir! Juhu! Auch das ist ja hinter dir, Es muss ähnlich irgendwann einfach Leave! Ansonsten in der Sedition! 全部 Nackleckerland! Lass' ich! Jaaa! Doppelkill mit C4! Gut, ich versuche mein Bestes mal mit Flipp wieder zu überleben. Ach komm! Ich war genug ruhig bei dir, warst du tot! Komm mit rein! Äh, juhu! Wir müssen das entgehen mit dem ich schieße. Oh oh! Kei-Panser, du siehst uns nicht! Kei-Panser, du siehst uns nicht! Oh, sag du Bescheid, Alter! Sonst hätte ich ja nicht gesagt, Kei-Panser! Wir haben den Kontrollen über Einsatz zählen! Oh! Noll! Zwei Schuss, zwei Schuss hat er nur gebraucht! Bei mir hat voll das Aiming gespinnt! Der, Alter! Der Typ hat schon reaktive Panzerung freigeschaltet! Die habe ich auch schon! Achso, okay! Also es ist nicht so... Wutborn, B oder E? E! Ich komme nicht mal ins Pioniermacher! E? Ja, E! 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 E-E! Oh, Scat! E-E! E-E, E, E! E-E! 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 Ja Ha 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 Counter Messer Nice Ich hab ja auch schon ein einziges Mal geschafft Ich muss sich ein bisschen rechtzeitig umdrehen Oh Gott, ich werd hier wirklich entgeschossen Fahrzeug Hit Ja, hab ich auch Einer ist ausgestiegen Geil, zwei, zwei, zwei Zwei Stück hab ich eliminiert Ja, mein, äh, dies M142 Soll ich mal versuchen das zu enthalten? Wir haben die Kontrolle überein, das zielt Postcard Scheiße Hat mich erwischt Was denn? Was denn? Beim Brückenpfeiler Bitte Ich hab, äh, ich muss mir irgendwie noch umstellen Wo ich jetzt, ah, warte mal, ich hab Medi-Pack für dich Komm mal her, komm zurück Komm zurück hinter dir Ich hab's angegeben Da ist jemand mit Medi-Pack für dich Direkt vor mir Ja, da ist ein Du, da kommen noch ne Frontal drauf zu Ich hab keine Raketen mehr Nö, wir können die Fahrrad auch anschießen, oder nicht? So viel ich weiß nicht Nachschub wurde gerade abgeworfen Einen Schuss in den Rhein geblieben, komm Ja Daraus gestiegen haben sich schon Felsen geraten Hundertprozentig hängt er jetzt irgendwo auf den Sternen Ich höre einen Schreien, der ist genau in der Mitte Zwischen Hinter den Felsen Der ist direkt vor mir Ihr meint er, er war da Ich hab ihn umgebracht Ich hab ihn krebt Ja, ich hab den Weckel 99 Weißt du nicht, was das ist? Ey, warte doch! Warte! Aber das müsste doch K. und das ist der Kerl sein, oder? Ey geil! Moment, Moment, Moment Was? F*** dich blick wie ein Schweine Nein, dich mögen wir nicht Hau ab Oh! Warte Gut Wohin, wohin, Leute? Du jetzt hier rechts Ähm... Ulrich Ah, die sind dem ersten halt Endgeil Okay, komm, wir fahren auf den C, Leute Da oben ist ein Heli Oh, da haben wir die C Wir haben die Kontrolle über Einsatzziel Bravo verloren Ich wünsch überraschend, wie es die Sachen gekriegt werden Das hat mich nicht böse, aber ich bin vorher ausgestiegen Dass wenn ihr hier irgendwie über eine Mine fahrt oder gekriegt werdet, dass ihr dann noch einen Spawnpunkt habt Ja, okay, okay Also was jetzt? C oder wie? Oder? Eigentlich C, ja, aber den Misspacker ist ein bisschen anders geworden Schade nach Ja, ich auch Ich mach mich zu Fuß auf, okay Ja Ja Geht Achtung, wir werden ge... Oh, lol, hier ist der nächste Fahrt So Gib Gummie Gib Stoff Ja, ich kann fast nicht mehr fahren Gib mir rum, gib mir rum, der Gumm Ich bin hier Ich bin hier Ich bin hier Ich bin hier Oh, fuck Deswegen meinte ich, ist es eine schlechte Idee Gut, komm, ich fahr Ja Wir haben einsatzes Ziel von Ich bin hier Geil Ich habe nicht Kontakt zu einem feindlichen Panzer Wenn es sich deiner aktuellen Position Oh, 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 oh hier ist der hier der Stagli. Das ist der schon bewusst Was machst du da? Einpaaren Böh Gött die heli ist über euch wir nehmen den punkt ein das ist alles was zählt das heißt ich kann komandert sein wow geht's gut die gehört uns wo ist der heli an alle einheiten wow da ist ein panzer jo b heli down panzer lebner haut ab höher höher der panzer ok kann ich hab die infanterie bei c sind infanteristen ich marschiere werfe granate rein hab auch eine reingeworfen da ist irgendwo einer mit nem scheiß vorsicht granatwerfer der kämpft jetzt in nem haus drin ist tot alter waaat arz ist beim 50 ja bei au als aufklärer wir sollten uns wieder rückwärts wenden die ähm ich will jetzt überlegen ob ich pionier nehme oder versorger oder keine ahnung was soll ich nehmen ähm ach komm weiter was du richtig hältst ich bin mir zu gut der von der kippe auch ui ey hier ist ein kaffee kommt der weg von der kein kaffee ich aber warte mal hier und ey ey komm doch runter du arschloch komm her komm her ey ich will nicht liegen da hast du einen kaffee der ist kein kaffee der hat einen richtig kaffee ja egal komm her ich bin ich bin in der anti-air in der anti-air gut oh egal welches gegen dich kann jetzt gegen die mini schießen ja mach es nicht die hitbox ist scheiße angewettet kaffee finde ich ja 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 das ist ein fauler ausrede ähm adios mein freund wuuuuhuu oh ich hab bock auf extra punkte jojo ab nach rosen vrageiski jet da hat fast nur einer rein ja leider einsatz 10 echo wurde gerade neutralisiert viju vrageiski jet da waren wir da oben ist auch noch ein fahrzeug das wurde nämlich dann wir fahren da zusammen okay das heißt kolonne ja 15 ach loo ach loo uuuh scheiße ja 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 was schließt du denn vor oh ok ja ich werde nur wenig leben ah seh ich was ich trock hast mich vergessen jetzt ist down äh habt ihr mal ein bisschen was gespottet bitte vor ja du wir nicht Ja hier für Sebastian hab ich das gemacht. Er hat ja hier die Dingens. Oh fuck, für uns ähm, leichtere Panzeroption, schwerer, zwei schwere Panzer. 1H, Fille. Fahrt ihm mal vor. Wir haben visiert. Ich auch. Jo, ich auch. Jetzt wird er nicht mehr. Jetzt wieder. Von links, aufm Berghaus. Panzer. Oh Gott. Ich halt's drauf. Danke du hast den Schuss für mich abgehalten. Ich halt's voll drauf. Oh Gott. Ich bin ausgestiegen. Das ist Witz. Wie die alle aber... Wie viel Schluck denn der... Ach der wird repariert. Ja. Fuck die Henne ey. Achtung Squats, vorrangiges Ziel auf euren Karten. Was? Das ist ne echt ne reine Fahrzeugschlacht. Wie und ich bin grad gespawnt im DSB schon wieder tot. Was soll das? Ja das ist noch... Wie hat diesen Gun Chip gespawnt? Ist noch etwas blöd gelöst. Boah. Bleib mal stehen, bleib mal stehen. Wir haben Einsatzstil Charlie noch qualitiert. Oua. Fuck! Hä? Wow, scheiße. Wow, wow, wow. Ich hab auf ihn geschossen. Wow. Alter, ich hab mich schon geliebt. Ich löte, ich löte. Ja! Mit dem Werkzeug. Den Zellevi gekillt. Echt jetzt? Ja. Ja, der ist nicht mehr weiter gefahren. Also ich hab mir gedacht, warum jetzt nachladen? Ja, mein Gun Chip, Leute. Gun Chip, wo? Da oben. Genau über uns. Äh ne, ich mein... Äh ne, äh ne, äh... In der Luft. Ja, in der Luft. Alter. Ah...